Herzlich willkommen zurück bei Get On Board, heute mit einer Top 13 Liste, nach langer, langer Zeit mal wieder, aber eine Liste, auf die ich mich unheimlich gefreut habe, weil sie ein bisschen anders ist als die restlichen Top-Listen, die man so findet, glaube ich zumindest. Top 13 Brettspiele mit einem ungewöhnlichen Thema. Los geht's! Ich glaube, wir kennen das alle. Ein Spiel, was wir mögen, wo wir aber vom Thema nicht ganz mitgerissen sind. Das gebe ich zu, hat das Euro-Spiel-Thema, also Euro-Brettspiele, haben das natürlich häufiger, weil die Themen manchmal eher aufgesetzt sind. Das Thematische ist nicht ganz so im Vordergrund, sondern eher die Mechanismen. Aber ich bin eher Euro-Brettspieler. Ich bin aber eher Euro-Brettspieler, also mag ich solche Spiele halt trotzdem. Aber es ist natürlich umso schöner, wenn ein Spiel dann herkommt, was ein Thema hat, was es noch nicht so oft gab. Und da gibt es ganz viele von. Ich sollte sagen, ich habe nicht nur ungewöhnliche Themen, sondern auch ungewöhnlich umgesetzte Themen gesucht. Das ist wichtig, weil gleich ist durchaus mal ein Thema dabei, was es schon hunderte Male gibt, aber halt nicht in dieser Art und Weise. Also ihr werdet sehen, was ich meine. Und wir fangen auch direkt an. Und zwar gab es ganz viele Sachen, die ich so als Nummer 14 und Nummer 13 noch irgendwie reinbekommen oder reinmogeln wollte in die Liste. Da gab es bestimmt zehn verschiedene, was ich hier habe. Ganz, ganz viel, wo es vor allem ungewöhnlich umgesetzt ist. Also eine Sache möchte ich noch sagen, ein bisschen ein Spiel hervorstechen lassen. Und zwar ist das dieses hier, Brewcrafters. Schwer zu missverstehen. Es geht natürlich um das Brauen von Bier. Und es ist einfach ein Farming-Spiel. Es ist sehr ähnlich, also es wird häufig verglichen mit Agricola. Ich finde es so ähnlich von den Spielmechanismen ist es jetzt gar nicht wirklich. Aber es gibt ganz viele Spiele, das wisst ihr, wenn es ums Farmen geht. Dann ist es häufig Agricola, Caverna, wobei Caverna auch noch mit den Zwergen. Aber es gibt ganz, ganz viele Clans of Caledonia, wo das Farmen im Vordergrund steht. Hier ist das auch so, aber es geht ein bisschen mehr um die Verarbeitung von dann den Sachen, die wir geerntet haben. Und ich würde mir wünschen, dass, wenn man ein Spiel designt, was ums Farmen geht, oder ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr an ein generisches Thema denkt, wo ihr sagt, ja, davon gibt es halt schon zu viele. Also zum Beispiel Handeln im Mittelmeer. Ja, davon gibt es ja auch wirklich hunderte Spiele. Sollte man da nicht eher ein Spiel designt, was dann Thema XY hat, anstatt das 101. Spiel, was dann Handeln im Mittelmeer hat. Und diesen Weg ist Brewcrafters gegangen. Ich glaube, Designer Matthew, heißt der Matthew? Nee, Ben Rosset, genau, ist es. Der ist den Weg gegangen. Komm, ich mach da was anderes draus. Es passt zu den Mechanismen und es ist trotzdem was Erfrischendes im wahrsten Sinne des Wortes, wenn es auch für ein Bier geht. Apropos Erfrischend, ich glaube, ihr seht, es ist unheimlich heiß hier drin. Die Hitzewelle hat uns im Griff. Also verzeiht, wenn es ein bisschen mehr glänzt als sonst. Aber wir machen trotzdem weiter. Und zwar geht es jetzt wirklich los mit Nummer 13. Also ihr seht schon, ich probiere auch Spiele zu finden, die herausstechen in einem Themenfeld, was es häufig gibt, aber eben ungewöhnlich umgesetzt ist. Nummer 13 ist Clank in Space. Oder Clong im Weltall heißt, glaube ich, die deutsche Ausgabe, die beim Schwerkraftverlag erschienen ist. Und da merkt man, wenn man die Box aufmacht schon, dass das ein Thema ist, was, also A, ist das Spiel sehr thematisch. Es ist ein Deckbuilding-Spiel. Und wir probieren in ein Weltraumschiff von einem bösen Lord einzudringen und da ein sehr teures Artefakt zu stiehlen. Und zwar teurer als das der Gegner. Und die ganze Clong-Serie hebt sich, finde ich, thematisch sehr ab. Die ist sehr einzigartig. Die hätte ich, glaube ich, jedes Spiel von dieser Serie nehmen können. Aber Clong im Weltall hat mich halt am meisten gepackt, am meisten fasziniert. Die Artefakte da rauszuholen, man fühlt sich wirklich so ein bisschen unter Zeitdruck, weil der böse Lord Eradicus, der einem da die, der irgendwann merkt, dass wir eben auf sein Raumschiff uns geschichten haben und ihn da bestehlen wollen. Und das passt gut. Nicht nur das Rennen, sich sowas zu holen, sondern auch sich da ein bisschen rumzuschleichen, nicht viel Lärm zu machen, eben nicht Clong oder Clank-Geräusche zu machen. Das ist sehr, sehr schön gemacht, sehr schön umgesetzt, auch dann mit den Karten, dass manche Karten, die man sich kauft, einen schöneren Effekt geben, aber dann eben auch mehr Geräusche machen, die dann uns mehr Gefahr laufen lassen, dass irgendwann am Horizont dann mal ein negativer Effekt passiert. Wer es noch nicht gespielt hat, ich kann es euch nur ans Herz legen, egal, ob es das jetzt normale Clong ist. Clong im Weltall gefällt mir aber aufgrund des Humors, der dieses Spiel dann auch auf die Liste gepackt hat, also die In-Space-Variante, weil die Karten sehr viele Anspielungen auf bestimmte popkulturelle Phänomene, auf Filme, auf Serien haben, was auch ich gerne noch mal häufiger im Spielleben hätte, dass Spiele, die sich nicht ernst nehmen, da kommen noch ein paar im Laufe dieser Liste, die sich eben nicht ernst nehmen und dadurch, ja, dass das, ich sag mal, ein bisschen ernstere, so ein bisschen brechen und man sich dann mit ein paar kleinen Augenzwinkern auf Karten oder auf, ja, die Illustrationen so ein bisschen erleichtern kann. Deswegen Clang in Space meine Nummer 13 aus den gerade genannten Gründen. Nummer 12 ist hingegen ein Spiel, was sich relativ ernst nimmt, hat auch ein ernstes Thema, aber es geht um Zeitreisen und das ist eben ein Thema, was ich glaube, viel mehr Leute umsetzen wollten, aber es ist nun mal unheimlich schwer, im Brettspielgenre umzusetzen und ich glaube, in jedem Medium ist das schwer umzusetzen, weil es eben so komplex und so kompliziert ist. Zeitreisen, weil natürlich das, ich sollte mal sagen, es geht um Anachrony, ein tolles, pompöses Worker-Placement-Spiel in einer Riesenbox. Die Aufmachung ist sehr schön, aber ich kann mich in dieser Welt von Anachrony eben verlieren und die Zeitreisen sind hier sehr begrenzt eingesetzt und zwar können wir uns von uns selber aus der Zukunft, also von uns als Spielern selber, Rohstoffe leihen. Wir können zum Beispiel sagen, ich leih mir von meinem zukünftigen Ich jetzt einfach mal 5 Erz. Zum Beispiel Erz ist keines der Rohstoffplättchen, aber ihr wisst, was ich meine. Und irgendwann im Laufe des Spiels müssen wir dieses 5 Erz dann eben wieder an uns zurückgeben. Also wir müssen diesen Zeitsprung aufrechterhalten, sonst finden Zeitanomalien statt, die uns das Spiel kosten können, die uns Siegpunkte kosten können. Also es ist schon alles sehr logisch und wenn man dann darüber nachdenkt, dass ich mir von meinem zukünftigen Ich jetzt gerade was leihe, das ist einfach faszinierend und schön. Also sowas gibt es halt nicht. Man kann sich manchmal von der Bank was leihen und im Endeffekt ist es der gleiche Mechanismus, man kriegt eben was, aber dass man es dann eben zurückgeben muss und dann so dieses Zeitreisen vonstatten geht, finde ich ziemlich cool. Anachrony, deswegen Nummer 12. Ungewöhnlich, klar, das Zeitreisen, aber auch die, also es ist, wir wissen, dass in der Zukunft, wir können ein bisschen in die Zukunft sehen, dass da ein Meteorit auf die, ich finde es auf der Erdestadt, ich glaube, es ist nur noch auf der Erdestadt dieses Spiel, auf uns zu rast. Und wir müssen uns darauf vorbereiten, wie wir nach dem Meteoriteneinschlag damit umgehen. Also wir müssen die meisten Leute retten mit unserer Rasse oder unserer Fraktion, dass wir die meisten Leute retten, weil das gibt die meisten Punkte. Also wir probieren uns am besten auf diesen Meteoriteneinschlag und auf die Sachen danach vorzubereiten. Es gibt zwei Worker-Placement-Gebiete sozusagen, eins auf unserer eigenen kleinen Plattform, wo wir einfach unsere Arbeit hingehen können, da kann auch kein anderer Spieler hin und dann eben noch ein zentrales Spielfeld, wo wir nur mit Macs hin können, weil da schon die Atmosphäre ziemlich vergiftet ist. Und da müssen wir so Mac-Miniaturen nehmen und unsere Arbeit halt da rein tun und dann können wir die da hin tun. Also auch das ist sehr ungewöhnlich. Und da sind die Mechanismen mit dem Thema sehr, sehr schön verzahnt und sehr, ja, gehen Hand in Hand, sodass das Thema Zeitreisen auch da nochmal sehr schön, oder nicht nur das Thema Zeitreisen, auch dieses Apokalyptische ein bisschen durchkommt. Und das alles zusammen, finde ich, es hätte auch genauso gut höher sein können, aber ich finde die Themen, die jetzt noch weiter oben kommen, von elf aufwärts noch ein bisschen einzigartiger, auch wenn ich gerne mehr Spiele sehen würde, die zum Beispiel das Thema Zeitreisen jetzt behandeln. Also Nummer zwölf, Anachrony. Nummer elf ist, glaube ich, ein Spiel, was viele von euch auf so eine Liste packen würden. Also ihr könnt das gerne auch mal in den Kommentaren sagen, was findet ihr unterbenutzte Themen oder Themen, die ihr gerne mal behandelt sehen wollen würdet in einem Brettspiel oder einem weiteren Brettspiel. Die Rede ist von Flügelschlag. Sehr schönes Spiel. Und klar, Vogel beobachten hätte ich von mir aus jetzt nicht unbedingt gesehen, dass das ein Thema ist, was jetzt in einem Brettspiel sich gut behandeln lässt. Aber Flügelschlag, letztes Jahr rausgekommen, hat mich da eines Besseren belehrt, weil das Thema aber auch sehr liebevoll umgesetzt wurde. Es ist nicht nur aufgesetzt, was ich eben manchen Eurogames vorgeworfen habe, sondern es ist wirklich, ja, es durchsetzt das ganze Spiel, die ganzen Mechanismen, dass wir die Vögel in verschiedenen Lebensräume setzen müssen, ob sie jetzt eher Wasservögel oder Landvögel sind. Und das ist schön gemacht. Aber auch die, wenn man genauer hinguckt, sind die Eigenheiten, die die Vögel mitbringen, die Spezialfähigkeiten, die sie mitbringen, vielleicht sogar ein bisschen auf ihre Natur, ihr naturell abgestimmt. Da hat sich Elisabeth Hargrave, glaube ich, sehr viele Gedanken gemacht. Ich weiß gar nicht, ob sie, das wird bestimmt bekannt sein, ich weiß es aber leider nicht, ob sie eine Vogelbeobachterin ist oder ob das in ihrer Familie lag, dieses Thema. Auf jeden Fall ist es schön, dass so ein Nischenthema, sage ich jetzt mal, in das Zentrum eines dann noch so populären Spiels gesetzt wurde. Das kann man natürlich nicht planen, ob ein Spiel so richtig populär wird. Aber umso schöner, dass das dann dadurch ein bisschen Beliebtheit erlangt hat. Und das sollte häufiger passieren, anstatt dass ein richtig schönes Spiel dann eben wieder nur, ich sage jetzt mal in Anfangszeichen nur, ist ja auch gegen ein Vielfachbenutzthema, ist ja jetzt nicht unbedingt was zu sagen. Aber wenn es dann wieder Farming oder, ja, ich weiß es nicht, ich komme immer wieder zurück zu Handeln im Mittelmeer, weil es davon einfach so viel gibt, und ich genieße diese Spiele ja auch, aber schöner ist, wenn es eben ein erfrischendes Thema, wie zum Beispiel Flügelschlag hat, ja, dass das dann benutzt wird. Also schreibt gerne, was ihr als erstes, an was ihr als erstes gedacht habt, an unterbenutzte Themen, an überraschende Themen. Ich glaube, das hier ist relativ, wird wahrscheinlich relativ häufig erwähnt, könnte ich mir vorstellen. Nummer 10 ist ein Thema, was auch zur, oh ja, fast schon zum Vergessen benutzt wurde. Also wenn das Thema, wenn ich ein Spiel angekündigt sehe, und es hat Fantasy als Thema, dann denke ich mir, naja, nee, bin ich jetzt nicht so interessiert dran. Also per se, nee, muss ich nicht haben. Wenn dann das Thema aber so fantasymäßig, andersartig umgesetzt wurde, wie bei Nummer 10, und zwar Seasons, das habe ich mir extra mal hier hingeholt, damit ich euch zeigen kann, was ich meine, warum das so anders ist, dann bin ich dann doch wieder interessiert. Und zwar ist Seasons ein Spiel, was sich null ernst nimmt. Das habe ich eben schon mal erwähnt. Es ist nicht dieses 0815, Zwergen, Orks, was auch immer. Es ist eine ganze Welt, die da aufgemacht wurde, und ich sage nichts gegen, weiß nicht, Herr der Ringe, oder einen Abklatsch von Herr der Ringe, wo auch ganze Welten aufgemacht werden, wo sich Leute immersiv drin zu Hause fühlen. Ich bin meistens nicht so, aber bei Seasons fühle ich mich zu Hause. Es ist jetzt nicht das Spiel, was jetzt am aller thematischsten ist, wo, wie gesagt, so eine komplette Geschichte entsteht, also eine Welt entsteht, wo jetzt ganze Geschichten erzählt werden. Aber die Charaktere, die auf den Karten zu sehen sind und deren Spezialfähigkeiten, sind einfach so unfassbar niedlich gemacht. Ich kann euch mal ein paar davon zeigen. Es gibt ganz viele verschiedene. Es gibt zwar Karten doppelt, aber die Karten sind trotzdem sehr, sehr zahlreich. Und die Charaktere sind A, superschön illustriert, haben tolle, einzigartige, herausstechende Illustrationen, die mich ein bisschen an Everdell erinnern. Also Everdell ist, glaube ich, noch mal zahlreicher illustriert. Da gibt es noch mal mehr zu sehen auf den Karten. Aber das hier ist trotzdem nicht weit weg davon. Und ein paar von diesen süßen, niedlichen Wesen hier, zum Beispiel hier ist Titus Kullerauge. Und dann denkt man sich so, ach, das ist ja ganz niedlich gemacht, ist ja, sieht aus wie ein Familienspiel jetzt von den Sachen. Ja, nicht wirklich. Und das meine ich mit, das Spiel nimmt sich nicht ernst, weil Titus Kullerauge hat dann wahrscheinlich einen Karteneffekt, der unfassbar gemein ist. Also es ist so dieses Wolf im Schafspelz, dass die ganz niedlich aussehen und dir dann hinten ruhigst das Messer in den Rücken hauen. Also von den Mechanismen ist es ein sehr konfrontatives Kartenspiel. Man klaut sich gegenseitig Karten, man kann sich gegenseitig Siegpunkte wegnehmen. Aber es ist Karten-Drafting, das heißt, man sieht viel mehr von diesen Karten, als man dann wirklich benutzen kann und als man dann auch in der Hand behält. Man draftet die am Anfang einmal so hin und her für das ganze Spiel, muss ein bisschen planen, welche Karten möchte ich am Anfang des Spiels auf der Hand haben, welche kriege ich in der Mitte des Spiels und ziemlich gegen Ende des Spiels, welche Karten kriege ich da auf der Hand. Ich werde noch ein paar von den Karten auch hier einblenden, mit Sicherheit, die ihr dann sehen könnt, wo ihr vielleicht auf den ersten Blick auch verstehen könnt, und was ich meine, ist nicht ganz so einfach jetzt nachzuvollziehen, vielleicht was ich genau damit meine. Und im Prinzip, der Grundprinzip oder das Grundprinzip des Spiels mechanismmäßig ist, dass wir diese großen Würfel würfeln in vier Saisons, die uns Aktionen machen lassen. Wir müssen Energie ausgeben, um diese Karten ausspielen zu können, die Karteneffekte schön nutzen und die Synergien dessen nutzen, dass wir uns schöne Synergien aufbauen, der Karten untereinander. Aber immer wieder kommt man halt zurück auf diese Illustrationen, die einen dann noch mehr in das Thema ziehen, als das die Mechanismen alleine tun. Allein das wäre schon, glaube ich, Grund genug für mich, das auf die Liste zu tun. Aber dann eben noch diese niedlichen, ja, oder dieses Nicht-Ernst-Nehmen der Karten, der erschaffenen Wesen und Artefakte hier, ist noch mal was, was noch mal dann dazu kommt, wo ich mir denke, ja, das ist ein Spiel, wenn ich Fantasy nicht so gerne mag, kein großer Fan davon bin. Flo, welches Fantasy-Spiel möchtest du spielen? Dann würde ich sagen, ich glaube, Seasons ist fast immer ganz weit oben auf der Liste, wenn mich das jemand fragt. Nummer 9, ein Spiel, was nicht wirklich bekannt ist. Die Rede ist von The Green Deal, oder Green Deal, ich weiß gar nicht, ob am Anfang steht, nicht bekannt, ist ein sehr aktuelles Thema, wird immer aktueller. Und zwar probieren wir da nachhaltig zu wirtschaften. Ich gebe zu, als ich das gespielt habe, zum ersten Mal kam das Thema jetzt nicht so mega durch, aber im Nachhinein habe ich mir dann doch noch mal mehr Gedanken darüber gemacht, was haben wir bei dem Spiel eben gemacht. Dass man eben nachhaltig wirtschaften muss, ist eine Wirtschaftssimulation, eine komische Boxgröße, aber es ist auch schon was länger her, das heißt, ich weiß nicht mehr ganz genau, es ist von dem gleichen Juma, ist, glaube ich, der Juma al Juju, glaube ich, wenn ich es richtig ausspreche, der gleiche Designer, der auch Clans of Caledonia gemacht hat, aber Green Deal ist eines seiner früheren Spiele. Und wenn man Clans of Caledonia mag, sollte man sich The Green Deal mal angucken. Und ich finde auch das Thema, auch wenn ich Clans of Caledonia eben so in den Farming Pool geschmissen habe, als Thema, was es eben schon tausendmal gab, ja, Clans of Caledonia macht auch was, finde ich, ein bisschen einzigartig, aber das ist eher mechanismentechnisch. Und Green Deal, ich glaube, ich mag Clans of Caledonia mehr von seinen Spielen, aber The Green Deal ist eben einzigartiger. Und manchmal, wenn ich, ich hatte zum Beispiel schon mal Leute hier, die jetzt nicht Brettspielanfänger sind, aber sich, also die spielen komplexere Brettspiele, wollen sich aber von einem Thema, oder wollen nicht immer das Gleiche spielen, eben kein Farming-Spiel zum zehnten Mal. Die kennen dann sowas wie Agricola, die kennen Carcassonne, ist denen aber schon vielleicht ein bisschen zu leicht. Und dann hat The Green Deal einfach ob der Prämisse, dass es um einen Nachhaltigkeitswettbewerb sozusagen geht, so ein bisschen, die an den Tisch gezogen und gesagt, ach, das klingt interessant. Und dass das Spiel dann nicht komplett thematisch ist, aber ein ungewöhnliches Thema hat, hat dann sein Übriges getan, die Leute am Tisch nichts zu enttäuschen. Deswegen, wenn sich das für euch interessant anhört, ja, probiert es gerne mal aus. The Green Deal, ich weiß nicht, ob es noch einfach zu bekommen ist, aber das Thema, ihr merkt, ist auf jeden Fall ungewöhnlich. Nummer 8 ist ein Spiel namens Covert. Führt uns in die Agentenwelt. Und da gibt es einige Spiele, aber ich finde kein Spiel, also es gibt wenig Spiele, die das sehr gut umsetzen, wo ich mich so krass gejagt fühle, wie in der Welt von Jason Bourne oder James Bond oder manche dieser Filme. Und ich liebe solche Filme. Solche Filme sind fast unmittelbar immer Filme, die ich sehr, sehr hoch bewerte, selbst wenn das Thema nur lose aufgesetzt ist. Und hier probieren wir mit Hilfe von Würfelmanipulationen uns in der Welt zurechtzufinden, uns zu verstecken. Ja, auch das ist schon was Länge her. Ich weiß, dass das ein sehr mechanismengetriebenes Spiel ist. Aber wenn man eben ein Eurogame macht und da dann ein Thema draufsetzt, was nicht so oft benutzt wurde, vor allem in der Euro-Themenwelt, dann finde ich das sehr erwähnenswert. Und das ist bei Covert so. Es ist ein sehr düster aussehendes Spiel, schon vom Cover, aber auch wenn man es dann spielt. Und von den Mechanismen weiß ich nicht, wenn das Thema ein nächstbeliebiges gewesen wäre, ob ich mich da so reingefühlt hätte. Aber dadurch, dass es eben ein Agententhema ist, bin ich auch an die Mechanismen noch mal anders rangegangen und habe mich halt so ein bisschen gefühlt wie Jason Bourne. Nicht, weil das unbedingt das thematischste Spiel ist, aber weil ich, wie eben schon bei The Green Deal, gesagt habe, hey, ich finde das cool, dass so was mal umgesetzt wurde und hätte vielleicht gerne noch was mit mehr Hintergrund-Story gehabt, wo ich mich als Charakter noch mal nicht nur in einem Würfelmanipulationsmechanismus daran versuchen kann, einen Code zu knacken, sondern das auch noch mit einer Story hinterlegt habe. Aber ist natürlich auch nicht einfach, in einem 60- bis 90-Minuten-Spiel dann viel Story noch reinzubringen. Vom Thema aber ist Covert auf jeden Fall ziemlich klasse, finde ich. Ist halt der schmale Grad. Normalerweise, wenn ein sehr thematisches Spiel, und ich sage ja nicht, dass alle Spieler auf dieser Liste so unfassbar thematisch mich in den Bann ziehen, aber sie ist auf jeden Fall ein schönes, ungewöhnliches Thema, was mich fasziniert, wo ich dann denke, hey, das habe ich im Regal stehen, das möchte ich noch mal auspacken, weil mich das Thema interessiert, nicht, weil ich mich jetzt so komplett in das Thema reingezogen fühle. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich, was ich sagen kann. Nicht das thematischste Spiel, aber ein schönes Thema. Ist genauso bei Nummer 7, wobei da das Thema wirklich, ich kenne, ich glaube kaum ein anderes Spiel, was dieses Thema hat. Hier redet es von Bomb Squad, leider auch ein relativ unbekanntes Spiel, ist ein kooperatives Spiel, wo wir probieren, Bomben zu entschärfen, wobei, da gibt es schon ein paar Themen, aber nicht so umgesetzt. Es gibt ein paar Themen oder ein paar Spiele, die das Thema Bombenentschärfen haben, aber nicht so. Und zwar probieren wir das mit Programmieren. Wir haben so ein, wie heißt es denn, diese Bombenentschärfungsroboter, die man fernsteuern kann, wo man dann mit so, ja, mechanischen Armen dann die, die, Drähte der Bomben, nehme ich mal in den Durchschnitt, ich bin kein Bombenentschärfer, werde es auch nie werden, Gott sei Dank. die, ja, aber sowas gibt es ja in echt auch. Und wir müssen die programmieren, um kooperativ die Bomben vor der Detonation zu bewahren und die Leute natürlich im Umfeld zu schützen. Ist, also, zum Beispiel ist auch Pandemie ein schönes kooperatives Spiel, aber, gut, als Pandemie damals rauskam, war es, glaube ich, auch noch einzigartig vom Thema, aber die Welt retten, also, was ich sagen will, Pandemie hätte auch auf dieser Liste landen können, habe ich auch überlegt, aber Bombsquad ist für mich das einzigartigere, ungewöhnlichere Thema und es passt halt, dass wir, ne, programmieren müssen, wie, was machen wir mit dem Computer, damit er die Bombe entschärfen kann. Wir haben, äh, nicht perfekte Informationen, also, auch die Spieler untereinander wissen nicht alles, was die anderen machen und dann müssen wir Karten teilweise, äh, verdeckt von uns hinstellen, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch das ist, ich sollte die Spiele vielleicht alle nochmal spielen, aber, dann sind es auch immer, ja, wie viele Spiele kamen in Frage, 20, 25, die ich dann nochmal spielen müsste. Also, ist eine Weile her, dass ich das gespielt habe, ist aber ein sehr, 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 sehr schönes Spiel von, ähm, ich weiß es gerade gar nicht, ich habe es aber eingeblendet, von welchem Verlag es ist. Also, Bombsquad Nummer 7, ein fantastisches Spiel, was, ähm, ich, ich weiß noch, dass ich das mal gespielt habe mit wem und ich weiß, dass dieser jemand gesagt hat, nee, das finde ich vom Thema, ähm, also, ich brauche jetzt mal nur eine kurze Pause, nicht, weil ich es so thematisch finde, sondern, weil ich es, weil ich es anstrengend finde anstrengend wäre, ähm, sowas zu machen, also, ja, auf jeden Fall, aber, ähm, das ist cool, dass das eben, äh, Hand in Hand geht, das ist schon stressig und das, auch das ist sehr thematisch bei dem, bei dem Spiel, ähm, deswegen Bombsquad, meine Nummer 7. Nummer 6, ähm, ist glaube ich auch ein Spiel, was man auf dieser Liste vermuten könnte, wenn man mal drüber nachdenkt, und zwar ist die Rede von Captain Sona, auch ein, äh, ja, nicht wirklich kooperatives Spiel, aber ein Team-gegen-Teamspiel, am besten nämlich 4 gegen 4 Spieler, die auf jeder Seite des Tisches sitzen und eine U-Boot-Besatzung spielen, die probieren, die, äh, andere U-Boot-Besatzung zu besiegen, und zwar in ihrem U-Boot sozusagen zu versenken, also eigentlich makabres Thema, äh, aber hier sehr, sehr spielerisch umgesetzt, ähm, es gibt einen Kapitän, der die Entscheidung trifft, es gibt einen, ähm, der die, äh, Systeme des U-Boots am Laufen haben, äh, halten muss in jedem Team, es gibt vor allem ein, das ist eine sehr witzige Funktion, einen Navigator, der probiert herauszufinden, wo die, äh, anderen sind, ja, der ist nicht Navigator, der, äh, hört den Funk ab und probiert rauszufinden, wenn die, ähm, gegnerischen Kapitäne oder der gegnerische Kapitän zu seinen Leuten sagt, Kurs Nord, dann malt er auf seinem, ähm, ja, auf seinem App, auf so einer Folie, malt er dann quasi einen Kurs Nord und probiert rauszubekommen, indem er diese Folie über eine Landkarte schiebt, wo vom Kurs her können diese Leute denn sein, also wo kann das gegnerische U-Boot sein, um dem Kapitän dann, ähm, ähm, kundzugeben, möglichst leise, ach, ich glaub, die sind hier und, äh, lass uns mal kurz anhalten, das ist ein Echtzeitspiel, soll ich dazu sagen, äh, man kann's auch, ähm, Runde zu Runde spielen, also für Leute, die Echtzeit nicht mögen, kann man das auch machen, aber ich glaube, es scheint so richtig, wenn man es in Echtzeit spielt, dann, ähm, 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 ja, so schnell wie möglich sagt, so Kurs Nord und dann sagt, äh, sagen alle, ja, ja, können wir machen, können wir machen, das Team ist, ähm, 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 im Einklang, dann Kurs West und man macht den Rechtsknick und probiert halt, schneller den Gegner in die Zielscheibe zu bekommen, als das gegnerische Team das bei einem selber probiert, ähm, sehr kommunikationslastig, dadurch, dass alle gleichzeitig was machen, aber auch sehr ungewöhnlich und, ähm, kann man auch definitiv nicht immer spielen, vor allem, weil man auch die richtigen Leute dazu braucht, also sechs Leute sollte man mindestens haben, ähm, ähm, acht, so dass vier auf jeder Seite sind nochmal cooler, ich weiß, dass es eine, äh, Family Variante gibt, ich glaub, die kann man auch vor allem zwei gegen zwei spielen, was man natürlich häufiger zusammenbekommt, hab ich aber noch nicht gemacht, Captain Sona ist auf jeden Fall ein Spiel, was, wenn es auf den Tisch kam und ob ich es mit sechs oder acht Leuten gespielt habe oder sieben, dass dann ein Team mit vier, ein Team mit drei gespielt hat, immer cool ankam, die Leute waren immer begeistert davon, dass ein Brettspiel sowas, ähm, ja, nachbauen kann, so, so eine, ähm, Situation herstellen kann, das, äh, haben die sehr cool umgesetzt hier, äh, und eine U-Boot-Besatzung gegen eine andere U-Boot-Besatzung, ja, gab's natürlich schon mal bei, ähm, wie heißt das, Schiffe versenken, im Grunde das gleiche, schon eine Spieler gegen Spieler damals, auch ein Brettspiel, ein frühes Brettspiel gewesen, aber das hier treibt das nochmal auf ganz, ganz andere Ebenen, also das ist, äh, Meter hoch überlegen, zudem, also meiner Meinung nach ist natürlich subjektiv, klar, wie die ganze Liste, aber Captain Sona, ein Spiel, was, ähm, was mich immer grinsen lässt, auf der, ähm, Ernsthaftigkeit des Themas, aber dadurch, dass es eben so, so ungewöhnlich und so lustig und so, ähm, facettenreich ist in der Kommunikation, ein sehr, sehr schönes, äh, ein sehr, sehr schönes Thema und für die Top 5, würde ich sagen, ganz kurz abkühlen lassen, bisschen, äh, Luft tanken, bisschen, äh, was trinken und dann sehen wir uns gleich wieder. So ist deutlich besser, es sind zwar einige Tage vergangen, seit ich die ersten 8 dieser Top 13, äh, genannt habe, aber umso besser, da hatte ich nochmal ein bisschen mehr Zeit, mir die nochmal durch den Kopf gehen zu lassen, ob das alles stimmt. Ich hab auch schon angefangen, hier zu bearbeiten und ich denk mir so, ja, also die Spiele hier sind alle andersartig und auch aufgrund der Andersartigkeit hab ich Lust, alle 13 oder 14, ich hab ja ein paar noch reingeschustert und kommen auch gleich noch ein paar Honorable Mentions, die ich, äh, alle gerne spielen würde, aber für die Top 5 nehme ich mir teilweise ein bisschen mehr Zeit für manche und steigen wir auch direkt wieder ein, die Nummer 5 ist nämlich die Blutige Herberge und das ist, äh, das Thema, was zugrunde ist, dass wir eine logischerweise Herberge managen müssen und so Hotel- oder Herbergmanagement-Spiel ist eh schon rar, also es gibt zum Beispiel noch Grand Austria Hotel, so ein Würfel-Drafting-Spiel, aber Blutige Herberge macht das Ganze nochmal auf skurrilere, äh, düsterere Art und Weise, aber nimmt sich dabei, Thema meiner Liste, äh, auch nicht so ganz ernst und zwar müssen wir, äh, äh, die Leute und die Gäste managen, aber, also auch probieren, die in den, ähm, Zimmern unterzubringen oder eigentlich, äh, ja, nicht nur unterzubringen, sondern nur kurzzeitig unterzubringen, denn wir probieren sie dann, wenn sie Wertgegenstände mit sich haben, sehr makaber umzubringen, diese Wertgegenstände an uns zu nehmen, ähm, und die, ja, Leichen der Gäste, die wir, ähm, ich muss echt lachen, aber die Leichen der Gäste, die wir umgebracht haben, weil wir an die Wertgegenstände, ähm, kommen wollten, äh, so schnell zu verscharren und unter unserem Hotel zu verbuddeln, dass, wenn die Polizisten, äh, zufällig mal bei uns, äh, absteigen und wir, ja, Polizisten zu Geist haben, dass die dann nicht, äh, die getöteten, ähm, anderen Gäste mitbekommen und ich kann mir kein anderes, äh, ja, Gesicht erlauben, jetzt gerade, als darüber zu lachen, weil es einfach so morbide, so makaber, so düster ist. Das klingt total, ja, politisch inkorrekt ist es natürlich auch, aber es ist auf eine sehr spielerische Art und Weise, äh, äh, umgesetzt logischerweise ist ja auch ein Kartenspiel, kein wirkliches Brettspiel, ähm, macht sehr, sehr viel Spaß, weil man die, die Gäste managen muss, wen bringt man sozusagen um, wen will man wegen seiner Wertgegenstände, wegen des Geldes, äh, wen will man wegen seiner Spezialfähigkeit, also die Karten können zu mehreren Sachen, äh, funktioniert werden, die, ähm, ja, können, äh, quasi als, als Wertgegenstand gelten, also als Geld, die können als, äh, Anbau gelten, damit wir mehr Platz haben, um die Gäste zu verscharren, ähm, und die können, äh, jeweils uns auch eine Spezialfähigkeit geben, mit der wir in einer bestimmten Phase, äh, des Spiels besser sind. Und das Ganze ist deswegen auch nicht so ganz gruselig, weil das Artwork zwar sehr düster ist, aber auf eine Art und Weise, ja, trotzdem noch eine, so eine Lustigkeit hergibt. Ich weiß, das ist schwer zu verstehen, wenn man jetzt zum ersten Mal davon hört oder jetzt gerade einschaltet, hierhin geskippt ist im Video und sich denkt, was ist das denn für ein bescheuertes Spiel? Ja, ist es ein bisschen, aber dieses düstere, morbide Thema mit den Mechanismen, irgendwie passt das total und, äh, macht richtig Spaß, äh, und alle, mit denen ich es bisher gespielt habe, ist kein sonderlich langes Spiel, so 45 bis 60 Minuten, die haben das auch nicht so ernst genommen oder nicht gerade als, als Thema, äh, gesehen, was jetzt total abstoßen ist oder so, auch wenn es das vom reinen Erzählen natürlich ist, aber düstere Herberge, ich kann es euch wirklich mal empfehlen, wenn ihr so Kartenmanagement-Spiele wollt und, äh, Karten, äh, die ihr mehrfach benutzen könnt, was auch einer meiner Lieblingsmechanismen ist, also für verschiedene Sachen nutzen könnt, gucke ich das wirklich mal an, trotz oder gerade wegen des Themas, bei mir eher wegen des Themas, Blutige Herberge Nummer 5. Nummer 4 und 3, äh, bei den beiden Spielen habe ich lange überlegt, welches packe ich auf welche, äh, ja, auf welchen Slot, die sind jetzt direkt nebeneinander hier relativ weit oben auf der Liste gelandet, weil sie so, ähm, ja, einzigartig sind. Blutige Herberge hat sogar meiner Meinung nach noch mehr Thema, aber die 4, das Spiel ist Museum, hat eben ein noch, ja, ungewöhnlicheres Thema, was ich für dieses Euro-Thema halt gerne häufiger mehr hätte, für ein Spiel, das normalerweise vielleicht gar nicht so viel Thema mitbringt, aber in dem Fall jede, jede Menge Artwork mitbringt. Vincent Dutré und noch ganz viele andere, ähm, ja, Illustratoren haben da, glaube ich, wirklich monatelang dran gesessen, weil keine Karte wie die andere aussieht. Wir sind Kurator von einem, äh, Museum, jeder Spieler, und wir, ja, eigentlich sammeln wir nur Sets von Karten. Wir probieren dann, weiß ich nicht, die, äh, Inka-Sammlung zu ergänzen in unserer Ausstellung. Wir probieren andere Ausstellungen der gleichen Themenwelt, äh, zu vereinen und damit eben möglichst viele Besucher anzulocken. Und das Ganze hätte auch abstrakter ablaufen können, eben, äh, ja, sagen wir, die Karten wären nicht mit irgendwelchen schönen, ja, Weltgütern, äh, Weltkulturgütern irgendwie gezeichnet worden, die wirklich toll aussehen, ich blende das auch hier ein, sondern mit, weiß ich nicht, einfach nur Nummern oder Zahlen, ja, also einfach so ein Romy-mäßiges, ähm, Sammeln von Sets und das Spiel wäre, ähm, für mich nur noch 10 Prozent so, ähm, ja, toll oder so begehrenswert, das überhaupt an den Tisch zu bringen. Aber die Illustrationen davon machen eben so viel her und es macht auch, äh, viele von den Mechanismen machen auch dadurch Sinn, dass es eben ein Museum ist, was wir probieren, ähm, einzurichten. Also wirklich sehr schönes Spiel, was, ähm, ja, die Anleitung ist nicht so toll, also das habe ich auch damals, ich glaube, ich habe ein Revier zu dem Spiel gemacht vor zwei Jahren, als das rauskam, ähm, die Anleitung ist nicht so gut, das ist bei dem Verlag, der das rausbringt, leider häufiger so, aber wenn man diese Hürde mal geschafft hat, ist das ein sehr, sehr schönes, ähm, ansprechendes Spiel, was, glaube ich, auch, äh, Familienspieler durchaus anspricht, weil es nicht so komplex ist, leider außerhalb der Regel, also wenn man es erklärt bekommt, ist es nicht so komplex, und, äh, ja, die, die, äh, Flut der Karten, der Kulturgüter, die man da sammelt, die man, ähm, probiert auf dem zentralen Spielfeld einzusammeln, diese Sets, die man zu sammeln, das, äh, ist wirklich cool, ein bisschen lernt man sogar was noch dabei, ähm, ja, sehr schönes Spiel, Museum, und, äh, direkt die Nummer 3 hinterher, logischerweise, aber ohne langes Tramram, ist Ex Libris, denn da managen wir kein Museum, sondern eine Bibliothek, eine Bücherei, wir probieren Bücher in eine bestimmte Reihenfolge zu bringen, die, ähm, ja, es ist keine wirkliche, äh, normale Bücherei, die wir jetzt gehen würden, sondern eher so eine Fantasy-Bücherei mit, ähm, ja, so, so Büchern über Monster und Tränke, das, was dieses Spiel so, äh, wunderbar macht, ist, dass alle Büchernamen, ich glaube, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass es tausend sind, aber es sind auf jeden Fall mehrere hundert, äh, einzigartige Bücher, die da in den Regalen stehen, die haben alle einen Titel, der, äh, ja, einzigartig ist und manchmal wirklich zum Schreien komisch, also ich habe wirklich schon, äh, echt nicht nur schmunzeln, sondern wirklich lachen müssen, wenn ich dann, ähm, während ich dran war, meine Karten gelesen habe, oder während ich eben nicht dran war und auf die, äh, gegnerischen Spielzüge gewartet habe, und dann so die Karten gelesen habe und dann irgendwelche lustigen Sachen da stehen, ich habe jetzt leider, ich bin bei sowas sehr schlecht, mir sowas zu merken, solche lustigen Sachen, aber, ähm, wenn da dann eben Jokes stehen oder, äh, Wortspiele der alphabetisch sortierten Bücher im, im Regal, wir probieren eben in alphabetische Reihenfolge, wie es von einer guten Bücherei, Bibliothek eben üblich ist, eben in diese Reihenfolge zu bringen, das ist ein Worker-Placement-Spiel, wobei jede Runde mehrere Worker-Placement-Plätze dazukommen und auch ausgetauscht werden, wir können dann teilweise sortieren, teilweise die so tauschen, das ist ein bisschen puzzelig, aber am Ende des Spiels müssen die Bücher eben in, äh, der richtigen Reihenfolge sein, wir müssen die sozusagen aneinander anlegen, können aber immer nur angrenzen, die Karten aneinander anlegen, also auch hier ist ein bisschen Puzzeln gefragt, aber das Thema, ähm, also jede Regel, die es das Spiel hat, kann mithilfe des Themas eben erklärt werden und das mag ich so in dem Spiel, es ist kein sonderlich langes Spiel, wir haben dann zu zweit oder zu dritt teilweise nur noch halbe Stunde, 35, 40 Minuten gebraucht, ähm, toll ist auch, dass das so ein Wertungs, äh, ich wollte gerade Block sagen, nein, eine Wertungsschablon, das ist so ein Spielbrett wirklich, was man mit so einem abwaschbaren Marker beschriften kann und das ist wie so eine Checkliste, die man dann lang geht, so, habt ihr alle die Bücher in alphabetische Reihenfolge gebracht, ja genau, wie viele Bücher habt ihr von der Art, äh, wie viele verbotene Bücher habt ihr in eurer Bücherei auslegen, dafür gibt es Minuspunkte und das ist wie so ein, ja, so ein, so ein, so ein Checkbuch, wie der, ähm, ja, nicht Museumsvorsteher, sondern in dem Fall eben Bibliothekar, da durchgeht und dann die Leute für die bestimmten Abteilungen, für die bestimmten, äh, Sachen bewertet mit so einem, ja, ähm, Flipchart sozusagen, äh, Flipchart, nee, wie heißt das, so ein, so ein, so ein Klemmbrett eben, äh, und das macht alles Sinn, also, äh, ich hatte sehr viele Spieler, oder nicht sehr viele, aber ein paar Spieler, die, ähm, sehr wenig Brettspiele oder Kartenspiele dieser Art bisher gespielt haben und die waren, ähm, begeistert, dass, ähm, also, begeistert vor allem durch, wenn ich denen gesagt habe am Anfang, das ist ein Spiel über Bücher sortieren, dann denken die so, hä, okay, normalerweise spielen wir vielleicht so was wie Fantasy-Spiele oder, äh, Siedler von Katan, ähm, wobei das Thema ja auch, Siedler von Katan eher aufgesetzt ist, aber Bücher sortieren klingt jetzt nicht sonderlich spannend, aber wenn das, man dann alles macht, was man in dem Spiel macht, dann macht das total Sinn und alle waren begeistert und auch angetan von den, äh, Bücherrücken, ähm, und den Titeln. Nicht ganz so sehr wie ich, ich glaube, das trifft eben genau meinen Humor, aber vielleicht ja euren auch. Deswegen Nummer 3, Ex Libris. Nummer, äh, zwei und eins habe ich hier und da war ich mir lange, lange nicht sicher, welches packe ich auf Nummer 1. Äh, äh, eines ist sehr thematisch, sehr, also, eins hat ein sehr ungewöhnliches Thema, klar, deswegen auf dieser Liste und das andere hat ein Allerwälz-Thema, was dauernd benutzt wird, ähm, da kommen wir aber bei Nummer 1 zu, denn am Ende habe ich mich entschieden für Nummer 2, hier, Prodigals Club, der Club der Verschwender heißt es, glaube ich, auf Deutsch, wobei ich das immer falsch sage und das habe ich extra nochmal an den Tisch geholt, äh, äh, geholt, weil einer allein schon das Cover aussagt, was da los ist. Also, wir sind Teil dieser Gesellschaft, die probieren so schnell wie möglich Geld und Einfluss in der sozialen Welt loszuwerden, und zwar eben loszuwerden, genau, denn das ist der Nachfolger des Spirituelles von der Letzte Wille. Und auch das hätte genauso auf dieser Liste sein können, aber ich dachte, das ist nur Platz für eins, weil die Themen gleichen sich sehr an. Bei der Letzte Wille hat man Geld geerbt, ähm, ein bisschen, und der Milliardäronkel, der gerade verstorben ist, hat sich eben allen Geld vererbt und sagt, naja, aber ich habe mein ganzes Leben lang gearbeitet, ich möchte, dass derjenige, die die restlichen Milliarden bekommt, der Geld am besten ausgegeben bekommt, also probieren wir so schnell wie möglich pleite zu werden. Das war eben der Letzte Wille-Spiel, und hier treiben wir das nochmal auf ein, ähm, ja, ein erhöhtes Ausgabemaß, sozusagen. Hier probieren wir nicht nur geldlos zu werden, sondern auch noch Besitztümer, und, ähm, ja, die, die gesellschaftliche und die politische Karriere komplett zu ruinieren. Das sind so drei Bretter, man kann mit allen drei spielen, kann mit zwei spielen, kann auch das mit der Letzte Wille kombinieren. Äh, habe ich alles schon gemacht, und es ist alles wirklich gut, ist ein sehr komplexes Spiel, also ist ein Kenner- bis Experten-Spiel, je nachdem, was man, ja, da genauso reinpackt, welche Sachen, und ich wollte euch einfach mal zeigen, was in dem Spiel, oder warum ich dieses Spiel so, äh, klasse finde, vom Thema her. Und zwar, hier ist zum Beispiel das Spielbrett, wo wir probieren, unsere gesellschaftliche, ähm, Position weiter runter zu bekommen, indem wir eben, und die Karten kommen jetzt gleich, äh, ja, alles probieren, schlecht zu machen. Also, wir probieren, in, ähm, bestimmte Sitzungen reinzugehen, ähm, dann vielleicht in ein Restaurant mit einem Pferd zu gehen, statt, äh, uns da, äh, passend zu, äh, äh, kleiden. Wir probieren, äh, äh, reden zu halten, wo wir Leute in der Menge denunzieren und uns möglichst ungewöhnlich oder, äh, ja, nicht den Normen entsprechend verhalten. Und das Thema kommt, je länger man spielt, auch wirklich durch, wenn man sich auf die Illustrationen einlässt, wenn man, es ist sehr viel Ikonografie dabei, aber dennoch, finde ich, kommt sehr, sehr gut durch, was man, was man da macht. Und ich mag diesen, diesen altertümlichen, äh, Stil, wie das gezeichnet ist. Also, dass wir dann so wirklich, ja, so Penner verkörpern. Ich weiß nicht, ob ihr die, ähm, Glücksritter kennt. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, wo man ja auch dieses, äh, reiche und arme, ähm, treffen aufeinander und probieren, so im, äh, Gebiet des anderen jeweils, ja, durchzukommen. Und das erinnert mich hier so mal ein bisschen da dran. Ähm, das Artwork ist vielleicht sogar in der letzten Wille noch ein bisschen prägnanter, noch ein bisschen mehr auf die Spitze getrieben. Aber hier hat man eben diese drei Bereiche, wo man das macht und wo man probiert, ähm, Karten zu managen und dadurch, äh, ja, die Besitztümer, die man hat, äh, Pferde, äh, Autos, Villen, äh, möglichst teuer zu kaufen und möglichst günstig zu verscherbeln, um so viel Geld wie möglich, äh, unnötig loszuwerden. Die, ähm, man muss, das ist so ein bisschen dieser Kinizia-Mechanismus, sagt man immer, dass, ähm, man in drei oder zwei verschiedenen, je nachdem mit wie vielen von diesen Teilen man spielt, dann gibt es immer diese, äh, dreieckigen oder gar nicht ganz dreieckigen, aber wo habe ich sie denn jetzt hier? Äh, ne, die genau, in so einem Dreieck werden die angeordnet und zwar, äh, mit je nachdem wie vielen man spielt. Das hier ist jetzt das, wo wir die, ähm, Stimmen in der Politik verlieren müssen, äh, mit je nachdem wie vielen wir davon spielen und unsere Hüte einsetzen, die wir hier als, äh, Arbeitsmanneken haben. Was soll ich jetzt sagen? Genau, je nachdem mit wie vielen wir spielen, ist das schon was komplexer und man probiert das in einen eigenen Klang zu bringen, denn am Ende gibt es, ähm, unsere höchste Punktzahl, die wir noch haben, also entweder die höchste Anzahl an Geld, die wir noch haben, die höchste Anzahl an Stimmen, die wir in der Politik noch haben oder die höchste Anzahl an Freunden, die wir noch haben, äh, und wir wollen ja alles niedrig haben, wir wollen ja alles loswerden. Das ist, äh, unser Endwert, also probieren das gleichmäßig runterzubekommen, weil es bringt nichts, wenn wir zwar pleite sind, aber immer noch ein super Ansehen in der Politik haben. Klingt jetzt ein bisschen, ähm, ja, bisschen kompliziert, aber es ist schon ein sehr ökonomisches Spiel, auch wenn es genau das Gegenteil ist, also, ne, normalerweise im ökonomischen Spiel gibt es ja fast immer, dass wir probieren, Geld zu machen und hier probieren wir es halt loszuwerden, was, wenn man es genau überlegt, ja genau das Gleiche ist, aber eben das Thema, dass wir mal was loswerden wollen, möglichst schlecht dealen möchten, möglichst, ähm, schlechte, ähm, und möglichst über den Tisch ziehen lassen wollen. Das bringt mir jedes Mal, wenn ich das spiele, allein schon, wenn ich, wenn ich das Spiel aufbaue, denke ich mir so, ach, das ist so witzig, das, das würde ich auch im echten Leben gerne mal probieren. Also einfach gucken, wer von uns ist der schlechteste im, äh, Haushalt mit Geld. Ähm, ja, das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr lustig und deswegen war es auch lange im Rennen für meine Nummer eins, ist dann am Ende die Nummer zwei geworden, The Prodigals Club, beziehungsweise Club der Verschwinder. Ich glaube, das ist der, der, ähm, richtige Titel. Und dann wurde das aber vom Thron gestoßen, sozusagen, von meiner Nummer eins und das ist, äh, Thema Fantasy. Und jetzt denke ich mir, ich denke mir, Fantasy nicht mein Thema, habe ich, glaube ich, schon häufiger mal erwähnt. Und ihr denkt euch bestimmt, Fantasy, das ist doch kein, äh, Spiel, wenn das Fantasy behandelt, mit einem ungewöhnlichen Thema. Und es ist nicht nur noch Fantasy, sondern es ist Superhelden, das Thema. Und jetzt gerade so im Marvel-Zeitalter, ähm, da gibt's hunderte Filme, genauso viele Spiele, ziemlich viele schlechte Spiele auch dabei und ich spiele nicht mal viele davon, weil ich's einfach nicht mag. Aber bei meiner Nummer eins, das ist ganz einfach komplett anders umgesetzt und da ging's ja auch bei mir drum auf dieser Liste. Das Spiel Heroes Wanted, ich hab direkt mal die Erweiterung Heroes The Stuff of Legend, äh, so rum, ähm, dazu gepackt, spielt einfach komplett damit, dass das eben keine wirklichen Superhelden sind. Ich zeig euch das jetzt gleich auch mal, ähm, warum. Denn, ähm, das sind so, ihr seht das schon, das ist so ein bisschen im, im Zeitungsoutfit, ähm, herübergebrachter Spiel, ne? Also hier die, äh, die, äh, Sita Tribune hier. Ähm, da probieren wir eben reinzukommen und als Anfänger-Superheld sozusagen, ja, unser, unsere Brötchen zu verdienen und die Stadt, äh, sicher zu machen von ganz vielen kleinen Handlangern, äh, Verbrechern, aber auch den großen, bösen Verbrechern. Und der Clou an dem ganzen Spiel ist, dass wir unseren eigenen, ähm, ähm, Superheld am Anfang erstellen und zwar mit, ähm, Puzzle-Karten nenne ich die einfach mal. Und zwar ist, ähm, gibt es hier, das ist ein Kartenmanagement-Spiel, wir müssen auch Karten managen, mit denen wir bestimmte, ähm, ähm, Kombos machen können und bestimmte Sachen, ähm, lostreten können. Die sind so Aktionskarten, die legen wir ab, damit können wir auch verteidigen und kämpfen. Das ist ein relativ simples Kampfsystem, aber der Clou, wo hab ich die Karten jetzt? Genau, also erstmal, wenn es um den Willen geht, den Bösewicht, da gibt es auch ein Ober- und ein Unterteil zum Beispiel, gibt es hier den, äh, tausend Jahre alten, äh, die tausend Jahre alte, äh, Grinse-Katze, würde ich jetzt mal das übersetzen. Also wir nehmen immer den Unterteil und Oberteil und der nimmt auch jeweils eine Spezialfähigkeit und das ergibt dann den, den Bösewicht. Zum Beispiel können wir nochmal hier die, äh, was haben wir hier? Die Mus, der muskulöse Moose, also, ähm, Elch, glaube ich, ist das, ne? Und ihr seht, die, die kann man auseinandernehmen und trotzdem ist es dann immer irgendwas wie hier eine Spezialfähigkeit, der macht zum Beispiel zwei mehr Schaden, ähm, zu jedem schon, ähm, ja, äh, Helden, der schon vorher verletzt war und hier hat er auch noch was, ein sonder Würfelwurf und da gibt es eben ein paar Oberseiten und ein paar sehr, sehr viele Oberseiten, die alle einzigartig sind und aber auch sehr, ja, äh, hier zum Beispiel der Punk, also auch nicht sonderlich ernst und, ja, ich sag's immer wieder, das ist halt häufig auf dem, ähm, auf der Liste hier so, wir haben zum Beispiel den Safari-Kaktus hier, als, äh, bösen Bösewicht, der probiert, die, äh, Stadt zu unterjochen und das ist aber nur ein Teil, weil, wo habe ich die anderen? Genau, hier kommen nämlich auch, und ihr könnt's schon erahnen, Hero B, Hero A und zwar kriegen wir am Anfang ein paar zur Auswahl und dürfen dann auch unseren eigenen Helden nämlich entwerfen und zwar hier haben wir den Helm-Oberteil, das, äh, Kid, Ninja, Atom, Viking und die sind dann immer von verschiedenen, äh, ja, Elementen-Typ, also die haben ein verschiedenes, zum Beispiel so ein genetischer Superheld oder ein, ähm, Superheld, der eher aus, ja, auf, auf Gadgets zurücksetzt oder jemand, der sich einfach nur verkleidet hat, zum Beispiel kommen wir ja immer hier, den finde ich schon sehr, sehr witzig, den Elefant, zum Beispiel den radioaktiven Elefant, das sind wir jetzt. Unser Superheld ist der radioaktive Elefant und wir probieren, die Stadt eben zu beschützen, auch wir kriegen dann eine Spezialfähigkeit, die wir, äh, haben, eine Spezialattacke und eine Spezialfähigkeit, die irgendwas macht, wenn wir, ja, irgendwas, irgendwas uns unterläuft. Ähm, und das Ganze, wenn ich irgendwie gesagt habe, ich weiß, ihr kennt's, nimmt sich nicht ernst und so, ja, dieses Spiel nimmt sich so wenig ernst und man kann das noch auf die Spitze treiben und zwar, wenn wir dann noch diese Karten hinzupacken, das sind, äh, wie heißen die denn? Genau, Quirk-Karten, das Spiel gibt's leider auch nicht auf Deutsch, sollte ich dazu sagen, aber wer Englisch kann, der sollte sich das wirklich mal angucken. Ist leider ein bisschen, doch durchaus mehr Text, weil die Karten auch, äh, die Text-Effekte nicht in, äh, Icons oder Logos da haben, sondern im Text eben. Ähm, aber wenn man damit spielen möchte, kann man eben noch diese Quirk-Karten dazutun, wo man, ja, am Tisch noch was machen muss. Zum Beispiel jedes Mal, wenn, ähm, jemand K.O. geht, muss man demjenigen eine High-Five anbieten oder sowas. Und dafür gibt's eben noch Punkte oder man verliert Punkte, wenn man's nicht macht. Oder man muss jedes Mal sagen, ähm, jeden Satz mit Super anfangen. Äh, also, wenn man am Tisch sitzt und dann da, ja, spielt und man spricht einen Gegner an oder einen Mitspieler, muss man eben sagen, super, dass du da mitgemacht hast. Oder super, dass du da den, äh, jenigen umgebracht hast, den kleinen Helfer von dem Bösewicht. Ähm, hier zum Beispiel, wenn jemand seine Superpower, wenn ein Gegner seine Superpower aktiviert, musst du, äh, Beifall klatschen und ihm ein Kompliment machen. Also sowas ist dabei. Äh, du musst ihn anfeuern, wenn jemand K.O. geht. Ähm, du musst überzeugend eine Lüge darbieten, wenn jemand was Bestimmtes macht. Ihr seht, das ist ein Spiel, was, ähm, im Englischen würde man quirky sagen haben. Deswegen ist es auch Quirk. Also, andersartig merkwürdig ist. Ich kann das auch nicht immer spielen, ja. Das, das muss ich ganz deutlich dazu sagen. Und es ist für mich auch keine 10 oder auch keine 9. Oder also kein 90-prozentiges Spiel, ähm, oder was, was ich jetzt eine Bewertung von 90% bekommen würde, sollte ich eher sagen. Aber, wenn ich's spiele, lache ich mich erstmal schlapp. Nicht nur wegen der Quirk-Karten, mit den spiele ich, wegen der Quirk-Karten, sondern mit denen spiele ich nämlich sehr gerne. Auch wegen der, äh, zusammengesetzten, wie zum Beispiel hier, der atomare, nee, der radioaktive Elefant, wegen der, ähm, Gegner und vor allem der Helden, die wir zusammengepackt haben. Äh, auch wie sich das dann ausspielt und wie ich mir dann wirklich vorstelle und ins Thema reingesogen werde, wir sind gerade anfängliche Superhelden, die sich gedacht haben, naja, komm, wir schmeißen uns in ein Elefantenkostüm und probieren jetzt die Stadt, äh, zu befreien von irgendwelchen bösen, ja, ähm, Bullen oder, äh, Oktospinnen oder was auch immer. Äh, und das finde ich einfach so lustig. Also, äh, die sehen halt auch nicht wirklich so aus, wie, ähm, ja, ernstzunehmende Bösewichte oder ernstzunehmende Superhelden. Natürlich haben wir hier noch den American, äh, können wir auch sein. Und wir haben halt eben, äh, von ein paar die Auswahl, ein paar zur Auswahl ist, die wir, ähm, aus denen wir einen Superhelden dann erschaffen können. Ähm, ich kann da ewig durchgucken, kann ich wirklich, ich kann das jetzt ewig hier, ähm, ähm, euch noch zeigen, wie viele verschiedene Sachen es da gibt, wie, ähm, ja, ihr seht das hier, ne, also das sind nur die, die Unterteile und hier haben wir dann nochmal die, die Oberteile und wie viele es da gibt, der Rhino und Thunder und könnte einfach ewig Rainbow, der Geek, der Vogel, Sternchen, die Kobra, was es alles gibt. Äh, und wie gesagt, ihr seht ja, wenn ihr das Bild pausiert, da sind auch noch ganz, ganz, ganz viele bestimmte, äh, Spezialeffekte, die man machen kann. Da sind auch ein paar aus der Erweiterung dabei, soll ich sagen, die sind nicht alle aus der, ähm, aus dem Grundspiel, aber unfassbar lustig, auch für Leute, dazu gehöre ich nämlich auch, die Superhelden gar nicht so toll finden, weil ich muss sagen, ich mag Spider-Man und sonst habe ich die Marvel-Teile eigentlich gar nicht gesehen, aber, ne, der Tobey Maguire, Spider-Man, über die Spider-Man-Trilogie damals schon, die hat mich gefangen und Spider-Man war immer schon mein Lieblings, ähm, ja, Superheld. Aber das ist trotzdem meine Nummer 1, weil es sich eben so andersartig anfühlt, so andersartig macht. Und ich habe, glaube ich, gar nicht viel über die Mechanismen erzählt, aber ich glaube trotzdem, dass man, ob der Bilder, die sich jetzt hier ausbreiten, eine ziemlich gute, einen ziemlich guten Eindruck verschaffen kann, was das Spiel so besonders macht und weswegen es meine Nummer 1 ist. Wahrscheinlich haben wir jetzt ganz viele schon abgeschaltet, als wir gemerkt haben, Moment mal, das Spiel auf was auf 1, der andersartige Spiele mit ungewöhnlichem Thema ist, ist was mit Superhelden. Komm. Der hat keine Ahnung von der Rede. Vielleicht habt ihr recht, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ein paar andere Sachen wollte ich ja noch erwähnen. Ich hatte noch City of Iron, Near and Far, also welche von Ryan Lockett, welche von Red Raven Games, die im Deutschen ja beim Schwerkraftverlag, glaube ich, erscheinen. Die sind auch immer sehr andersartig und die Welt, die der erschafft, also nah und fern und oben und unten zum Beispiel, die finde ich auch immer sehr, sehr schön, hat aber nicht gereicht für Liste. Dungeon Fighter ist so ein Spiel, wo wir Würfel würfeln und in echt quasi die Gegner sozusagen mit den Würfeln erwürfeln müssen. Wir müssen die Würfeln relativ weit wegschmeißen auf so ein Zielbrett, das ist cool. Parks, was ich letztlich auch rezensiert habe dieses Jahr, ist ganz toll mit den Nationalparks, die wir reisen, weil das Thema da nicht so gut durchkommt. Wobei, das war ja auch bei ein paar Spielen auf meiner Liste jetzt so, die da gelandet sind, aber ich fand eben andere Themen noch einzigartiger. The Networks war kurz davor, wo wir einen TV-Sender managen müssen und probieren müssen, den erfolgreich zu halten. Das sind alles schon sehr, sehr, sehr schöne Spiele. Ihr könnt mir gerne noch andere, die ich komplett übersehen habe, kriminellerweise, in den Kommentaren da lassen und dann können wir gucken, was für Spiele ist, vielleicht für eine zweite Liste, eine Fortsetzungsliste, weil ich glaube, dass ich das irgendwann mal machen werde, weil ich einfach diese Spiele noch bemerkenswerter finde. Es ist ja auch eher unbekanntere Spiele sind häufig jetzt da drauf gewesen, was auch absichtlich so ist. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass diese Spiele dann weniger Erfolg haben, kommerziell, oder ob wir einfach vergessen, gut, Flügelstack ist auch drauf, soll ich sagen. Flügelstack, das große, die große Ausnahme hier. Oder ob, ja, einfach Spiele, wo wir wissen, was wir für ein Thema haben, deswegen einfach auch mehr erfolgreicher sind, zum Beispiel eben Handeln im Mittelmeer. So, das war es jetzt auch wirklich. Langes Video geworden, aber hat Spaß gemacht, wieder meine Top 13 Liste zu machen. Wenn ihr andere Themen, Vorschläge habt, auch die gerne unter das Video in die Kommentare. Ansonsten verabschiedet sich, wer war ich jetzt genau, der radioaktive Elefant von diesem Video. Vielen Dank fürs Zusehen und ich würde jetzt fast sagen, ich spiele jetzt noch eine Solo-Runde vom radioaktiven Elefanten und probiere den grinsenden Kaktus hier zu vermöbeln. Vielen Dank, bis zum nächsten Video. Ciao. Vielen Dank.